Heute zeige ich dir, wie du in Logic Pro X mit Smart Controls arbeiten kannst und dass diese Funktion viel mehr auf dem Kasten hat, als du bisher vielleicht gedacht hast. Und wir starten genau jetzt. Die meisten stempeln Smart Controls so ein bisschen als Bedienungshilfen ab, damit du Effekte oder Kompressoren oder dein Equalizer ein bisschen einfacher im Arrangement Window zum Mixen und zum Arrangieren darstellen kannst. Was viele nicht wissen, ist, dass du mit Smart Controls auch richtig kreativ arbeiten kannst und dass du abgedrehte Effekte damit erzeugen kannst. Wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Ich habe hier mein E-Piano reingeladen. Wir hören mal kurz hier rein in die Performance. Ja, habe ich vorhin so ein bisschen rumgejammt. Nein, ist ein Loop. Also, du siehst hier jetzt die Einstellungen von diesem Suitcase Mark, von diesem E-Piano und was jetzt Smart Controls tatsächlich machen, das kannst du hier oben sehen, wenn du auf Ansicht gehst und einfach mal auf Smart Controls einblenden gehst. Jetzt erscheint hier ein zweites Fenster und da hast du die gleichen Einstellungen nochmal, die du hier oben hast, aber übersichtlicher. Das heißt, du hast einfach so ein bisschen weniger Einstellungsmöglichkeiten, sprich, es sind nur die wichtigsten Funktionen hier, die du bedienen kannst. Und das kann zum Beispiel beim Mixing hilfreich sein, das zeige ich dir hier mal. Wenn du jetzt mit einem Kompressor arbeiten möchtest, den Kompressor für eine Stimme oder für ein Instrument einstellen möchtest, hast du jetzt hier nicht oder musst hier nicht den großen Kompressor hier benutzen. Und den musst du jetzt immer hier rumziehen und siehst deine Spuren nicht mehr, sondern du kannst tatsächlich Smart Controls öffnen. Und jetzt hast du hier eben nur noch Threshold, Ratio, Attack und Release, die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten von deinem Kompressor. Und hier noch ein paar mehr, die hast du dann hier unten. Und dann siehst du im Arrangement Window deine Spuren noch und kannst somit schön übersichtlich einen Kompressor einstellen. Oder zum Beispiel auch einen Equalizer kannst du hier unten einblenden und kannst direkt im Arrangement Fenster damit arbeiten. Wie gesagt, ohne dass dir diese Plugins die Spuren zumüllen sozusagen. Ich öffne Smart Controls jetzt nochmal für diese Spur. Und jetzt siehst du hier Smart Controls öffnen. Und hier haben wir jetzt unsere Regler für dieses E-Piano. Das erste, was du jetzt machen kannst, und das ist wirklich sehr interessant, ist, du kannst, hast direkten Zugriff auf den Arpeggi. Das siehst du hier an diesem Symbol. Und ich kann den Arpeggi jetzt hier einschalten und kann gleich mal die Grundeinstellung laufen lassen. Okay. Okay, also das ist schon mal ziemlich cool. Du kannst den Arpeggi hier, kannst sofort auf den Arpeggi zugreifen und kannst ihn ein bisschen rumprobieren, falls du irgendwie gerade am kreativ arbeiten bist. Die zweite Funktion, die sehr spannend ist, ist, dass du hier das Aussehen deines Arpeggiators auch verändern kannst. Ich mache das hier einfach mal ein bisschen kleiner. Was du jetzt hier siehst, sind automatische Smart Controls, also automatische Ansicht ist das. Und die ändere ich jetzt. Ich nehme hier einfach mal Modern Black. Und ich möchte jetzt nicht nur acht Einstellungsmöglichkeiten, wie ich sie jetzt hier gezeigt habe, sondern ich möchte zwölf, weil ich selber noch welche zuweisen möchte. Und deswegen wähle ich mir, nehmen wir einfach mal Modern Synth 12. Zack. Und jetzt siehst du hier, haben wir eine modernere Ansicht hier unten. Die Parameter sind die gleichen geblieben hier. Aber ich habe jetzt hier noch ungemappte und die kann ich zuweisen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Stereo-Regler hier, also den Regler für die Stereo-Breite, wenn ich den jetzt diesem Drehregler hier unten zuweisen möchte, dann klicke ich einfach drauf, ja, auf den hier. In dem Fall klicke ich jetzt auf den hier. Gehe auf Lernen. Und dann klicken wir hier oben drauf. Und jetzt ist er schon zugewiesen. Das siehst du hier unten. Hier steht jetzt Tremolo Stereo. Und jetzt kann ich über diesen Drehregler, wenn ich hier jetzt hin und her fahre, siehst du, dass er sich oben synchron mitbewegt. Das ist schon mal eine coole Funktion. Das heißt, ich kann jetzt über meine Smart Controls die Stereo-Breite steuern. Das wäre jetzt so zunächst mal noch nichts Besonderes, aber wir gehen in den Einstellungsmöglichkeiten einfach nochmal ein bisschen weiter. Was du jetzt auch machen kannst, ist die Gradzahl einstellen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel mit der Gradzahl hochfahre, dann bewegen sie sich nicht mehr ganz synchron zueinander, sondern der Radius des unteren Drehreglers ist jetzt eingeschränkt. Wenn ich jetzt hier mein Tremolo Stereo ganz runterdrehe, ist er hier noch nicht ganz unten, sondern noch bei 50 Grad. Und hier bin ich ganz unten. Das kann nützlich sein für Feineinstellungen, die du bei bestimmten Effekten vornehmen willst. Hier unten siehst du dann noch die Möglichkeit des Invertierens. Die erkläre ich dir gleich noch. Was jetzt auch interessant ist, ist, wenn du Sends zuweisen möchtest. Wir machen einmal folgendes. Wir weisen mal diesen Send hier zu. Das ist Boost 1. In diesem Fall ist das jetzt mein Delay oder mein Echo. Und ich gehe also hier nochmal auf Ungemappt, auf den ungemappten Drehregler. Gehe hier auf Lernen. Und klicke jetzt hier auf mein Delay. Wichtig ist, dass du auf den Sendregler von dem Delay klickst und nicht auf den Boost. Sonst funktioniert es nicht. Dann wichtig, Lernen wieder abschalten. Und wenn ich jetzt hier den Sendregler drehe, dann siehst du parallel links dazu, fährt jetzt der Sendregler oder der Sendanteil für mein Delay hoch und runter. Jetzt wird es schon interessanter. Also lassen wir nochmal laufen. Okay, das wäre jetzt zunächst mal noch nichts Besonderes. Der Clou an der Sache ist jetzt aber, dass ich auf einen solchen Drehregler in den Smart Controls zwei Effekte zuweisen kann. Und jetzt wird es richtig spannend. Das heißt, ich lasse den jetzt zunächst mal aktiviert hier. Und ich weise jetzt noch einen weiteren zu. Dazu gehe ich hier erst auf Lernen und dann muss ich hier auf Mapping hinzufügen gehen. Jetzt siehst du, dass hier ein zweiter ungemappter Slot eingeblendet wird. Und jetzt gehe ich einfach auf meinen Boost 2. Also Send 2. Schalte Lernen wieder ab. Und jetzt habe ich hier meinen Send 2 ebenfalls auf diesen Drehregler zugewiesen. Und das ist in dem Fall Hull. Das heißt, ich kann jetzt über diesen Regler hier gleichzeitig meinen Delay und meinen Hullanteil steuern. Ja, probieren wir es mal aus. Lassen wir mal abspielen hier. Das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Aber noch cooler wird es mit dem Invertieren, mit der Invertieren-Möglichkeit hier unten. Wenn ich die aktiviere, dann passiert nämlich folgendes. Ich kann jetzt hier die beiden Effekte gegeneinander steuern. Das heißt, du siehst jetzt, wenn du hier links synchron darauf achtest, ich drehe einfach nach oben und nach unten. Und wenn du jetzt hier links drauf achtest, in meinem Kanalzug, wird jetzt der Signalanteil kleiner oder der Sendanteil kleiner vom Hull, während der vom Delay größer wird oder höher wird und wenn ich zurückdrehe, andersrum. Ja, auch das mache ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich diesen Drehregler jetzt hier nach oben schiebe, dann bekomme ich mehr Delay, also mehr Echo und weniger Hull. Gleichzeitig fehlt der Hull runter, ja. Hull voll offen. Ganz auf der rechten Seite war jetzt also der Hull, das Delay komplett auf, der Delay send komplett auf und der Hull weg. Und andersrum war der Hull komplett auf und das Delay war weg. Da kannst du sehr interessante Spielereien machen, auch jetzt mit anderen Effekten natürlich, zum Beispiel mit Filterfahrten, mit EQ-Effekten oder so. Wenn du effektiver in Logic arbeiten willst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch meine Logic-Workflow-Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du sie dir runterladen. Ansonsten hoffe ich, dir hat es gefallen und du probierst selber mal ein bisschen rum mit den Smart-Controls. Wenn ja, dann schreib mir in die Kommentare, was dabei rausgekommen ist. Lass mir ein Abo da oder einen Daumen nach oben, ich würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Tutorial. Bis dann!